Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video und heute gucken wir uns ein Polybag wieder an und zwar Polybag 30364, den Popcornwagen. Erschienen dieses Jahr in der City-Serie 3,99 € für 43 Teile mit einer Minifigur. In dem Fall bei Müller gekauft, so das Standardteil für mich, wenn ich irgendwelche Polybags haben möchte. Und ja, dieses Polybag hat mich sofort angesprungen. Und warum, sehen wir auch schon mal, wenn wir uns die Minifigur angucken, nämlich den feschen kleinen Popcornverkäufer. Und der hat nämlich diese Tüte in der Hand, diese Popcorn-Tüte quasi. Und ich fand die Bedruckung hier tatsächlich sehr, sehr cool, weil das so ein bisschen retro ist, so ein bisschen wie in so einem Kino quasi. Und da kann man auch Popcorn entsprechend noch oben draufsetzen, so dass das Ganze natürlich seinen eigenen Charme noch kriegt. Aber es ist ja eben ein Popcornwagen, also gehört dieser Ziehwagen noch dazu, den er auch hier super vor sich oder hinter sich herziehen kann vielmehr. Und man kann da auch das Fenster aufmachen, um dann das frische Popcorn quasi zu entnehmen. Es gibt aber noch eine Besonderheit und zwar kann man was bewegen. Und zwar das Popcorn kann quasi tatsächlich so richtig aufpoppen und fliegt dann auch mal oben aus dem Wagen raus. Die Idee finde ich super cool. 3,99 € kann man natürlich wieder absolut nichts sagen. Ich finde die Polybag sowieso manchmal tatsächlich viel besser als irgendwelche großen Sets, weil einfach viel, viel, viel mehr drin ist. Deswegen von mir hier absolut verdienter 5 von 5 Steinen und eine klare Empfehlung, das auch für seine Stadt zu kaufen.